Meine Herren, ey. Überall Autos. Überall Autos. Und das ist Arbeitszeit, ey. Das ist Arbeitszeit. Und alle Leute sind unterwegs. Das kann nicht sein. Normalerweise müssen viele Leute nämlich arbeiten. Arbeiten! Arbeiten, Frau Müller! Arbeiten! Annalentruder. Ja, ja. Also ich drehe ja gleich am Rad, wie gesagt. Ich habe jetzt völlig die Übersicht verloren. Also, der Lennart, der hat also... Hör mal zu, ich möchte mit dir jetzt nicht diskutieren. Ich bin gerade jetzt mal so fünf Minuten hier drin. Ich bin jetzt schon völlig überfordert.